Hallo zusammen zu einem neuen Part von Let's Play Gears of War! Es ist ein bisschen feig was ich mache, aber es hält mich am Leben. Bessere Position mal suchen. Warte, darf ich nicht gegen die Granaten noch mal ein bisschen ausräuchern. Haha, war zwar schon tot, aber trotzdem schön explodiert. So. Ich muss mich kurz muten, weil ich muss grad voll niesen. Es ist Ruyas. Vielleicht habe ich dir mit deiner Befreiung keinen Gefallen getan. Auf geht's. So geht wieder. Was soll der Scheiß mit Hoffmanns Operation und seinem Resonator? Es kartografiert das Tunnelsystem. So können wir das Herz der Locust finden und vernichten. Aha. Wir hoffen mal, dass das stimmt. Ich werde nicht mehr in Bewegung bleiben. Schaut zwar irgendwie aus, manchmal wie ein Kasperl, aber es ist wirklich besser, wenn man so spielt. Da nimmt das. Okay. Das nenne ich nette Kollegen. Oh. So. In den Sessel zu verstecken ist nicht besonders intelligent. So. Wo sind die Seerkotzen diese komischen Viecher da aus? Ich muss auch immer aufpassen, weil ich natürlich nicht alleine bin. Es sind auch genug Gegner da. Oh. Schautest du denn. Oh. Wie an der Beänke. Alle Seher sind neutralisiert. Machen uns auf den Weg zu Alpha. Das ist großartig, Delta. Stand by für Alpha. Hier ist Alpha. Wo zum Henker steckt ihr? Bert, scheiße, Mann. Wo warst du? Delta-Trop ist im Haus der Souveräne. Over. Großartig. Wir werden von Troikas auf eurem Dach festgehalten. Verstanden. Bleibt ruhig. Wir schalten sie aus. Wir gehen nirgendwo hin, Sir. Delta out. Findet die Troikas. Feind in Sicht! Ich liebe die Chor. Und jetzt immer schön begrüßen. Achtung! Sie kommen! Stark! Oh. Bei denen musst du aufpassen. Wir haben Schrotflinten, die sind sehr böse. verhebt. Verdammt! Da hat man doch Granaten gesehen. Wo sind die hinkommen? Da. Wollen wir es mal hin? Die sind ein bisschen verteilt. Aber ich glaube, die Richtung wird schon passen. Dann schau ich mich da wieder ein bisschen um. Vielleicht ist da ja was. Nö, gar nix. So. Schauen wir mal, ob es sich lohnt, die Waffe zu wechseln. Irgendwie nicht. Die hat mehr Munition. Da sind sie, Mann! Yeah! Alpha! Wir können euch sehen! Wir hätten gerne eure Munition bei uns. Und zwar jetzt! Wilco! Delta Ende! So, kommen schon, um euren Arsch zu retten. Oh. Verstanden. Schöne Magnum. Komm, ich brauche ein bisschen auf. Und wie stehen die Ecken bei mir im Weg? Anziehen. Das war ein schöner Schuss. Genau in die Fresse. Auch die Physik-Engine finde ich recht interessant bei damals. Kann auch die Fische zerschießen. Das ist halt Munitionsverschwendung, aber trotzdem. Mal schauen. Vielleicht liegt da irgendwas. So, Telefon dort. Der ruft mal an. Hallo Mutti! Ich komme etwas später. Ich muss noch ein paar Lokos zerlegen. Das ist doch ein Telefon, oder? Ja. So. Ich liebe dieses Schmühl. Das war gegenseitiger Mord. Aber ich habe ihn mitgenommen. Aber leider geht das Spiel nicht weiter. Ich habe jetzt die Waffe übersehen. Das war ja vorher eine Pistole da, oder? Der ist sie... ...bereit. So. Ich bin auf den Kopf gestiegen. So. Eine platzierte Granate. Granate! Schwingen. Das ist ein dicker Gewicht. Wow. Mich mutt das echt manchmal, dass die wirklich so gute Reflexe haben. Und auch so durchschlagkräftig sind die Gegner, in denen Schwierigkeiten sind. Ich werde mal nochmal einen Revolver holen. Der wollte schon durch meinen Kopf zählen, das habe ich gesehen. Müssen ich nur mal eine gute Granate schießen. Auf geht's. Okay, das wäre mal geschafft. Jawohl. Schnell! Da ein bisschen umschauen. Vielleicht wie bei Indiana Jones hinterm Kamin versteckt. Ein Eingang, aber ist nicht. Ah ja, das ist schon wieder diese Schussanlage. Scheiße. Wir sind doch ein Team, wir müssen ja zusammenhören. Ich bin zu früh gefreut. Aber ich habe ja... Vielleicht schaffe ich diesmal eine gute Granate wieder. Ah, die war sehr gut. Vielleicht beide draufgegangen. Prima. Jetzt müsste ich genau hinterm Geschütze haben. Gute Nacht. Wie kannst du das überleben? Was hat denn der geschluckt, dass er das überlebt? Was ist das? Sowas vom nicht vorhandenen Skill bei mir. Auf geht's. Das hat jetzt überhaupt als Eason-Komisch ausgeschaut. Jaaa. Kopf ab. Blankiert sie! Das andere fetzt es mal welche. Okay. Wir dürfen vielleicht unten warten. Jaaa. Der überlebt eine Granate. Wie macht denn der das? So, vielleicht schaffe ich es ja so ihn zu erledigen. Schau mal raus. Eine Made weniger. Krischer! An die Troika! Ja. Ach. Jaaa. Jaa. 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 Ich kann mich nicht, dass das ein bisschen zu rieb, oder? Ich kann mich nicht, dass es das ein bisschen zu rieb, oder? Gut, es ist wieder Zeit für eine Pause. Ich danke euch wieder mal fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Tschau zusammen!